Liebe Patientinnen und Patienten der Regionalkliniken der oberösterreichischen Gesundheitsholding, liebe Patientinnen und Patienten des Keppler Universitätsklinikums, geschätzte Angehörige, liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage. Mein Name ist Franz Hanonkur und ich bin Geschäftsführer des Keppler Universitätsklinikums und der oberösterreichischen Gesundheitsholding. Zuallererst möchte ich mich bei Ihnen allen, als Patient, als Angehöriger, als jemand, der eigentlich seine Lieben im Krankenhaus besuchen möchte, bedanken, dass Sie in so ungewöhnlichen Zeiten die vielen Maßnahmen, die Sie ganz persönlich betreffen, so gut miteinander und mit uns zusammen mittragen und dass Sie unverändert ein so großes Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kliniken haben. Wenn Sie hier zurückblicken, dann sehen Sie schon an diesen Eingangsschleusen hier am Keppler Universitätsklinikum, dass sich vieles geändert hat. Wir haben ein strenges Besuchsverbot, das Sie daran hindert, von oder mit Ihren Liebsten und Familienangehörigen in Kontakt zu treten. Wir haben ein Schleusensystem, das sicherstellt, dass Sie als Patient, aber auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschützt werden. Wir haben eine deutliche Reduktion unseres sogenannten Elektivprogrammes, also der planbaren Operationen. Das spürt der eine oder andere von Ihnen. Und dass Sie dies mit Verständnis mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen mittragen, dafür möchte ich mich bedanken. Zum Zweiten möchte ich Ihnen aber versichern, dass all unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Medizin, in Pflege, in den therapeutischen Berufen, aber auch in den unterstützenden Funktionen, auch in Zeiten der Corona-Krise mit allem Ihrem Wissen, mit Ihrer fachlichen Kompetenz, aber auch mit Ihren menschlichen Werten und mit Ihrer Empathie für die Betreuung und Behandlung von Ihnen zu jeder Zeit und immer zur Verfügung stehen. Und dafür möchte ich mich bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken. Auch für Sie ist es eine ungewöhnliche, ist es auch eine belastende Zeit. Zum Dritten möchte ich Sie aber auch ersuchen, dass Sie genau dieses Wissen um die hohe Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch dann in Anspruch nehmen, wenn Sie in Absprache mit Ihrem behandelnden Arzt oder selbst den Eindruck haben, dass eine Erkrankung, dass ein akutes Krankheitsgeschehen Sie persönlich betrifft. Wir haben die Corona-Krise fest im Blick. Wir haben aber auch fest im Blick, dass es eine ganze Reihe von Erkrankungen gibt, die ganz unabhängig von dieser Corona-Krise eine Betreuung, eine Behandlung im Krankenhaus, in unseren Kliniken bedürfen. Und ich möchte Ihnen eindringlich versichern, dass unsere Krankenhäuser genauso wie vor der Corona-Krise für die Betreuung und Behandlung dieser akuten und dringlichen Erkrankungen zur Verfügung stehen. Scheuen Sie sich nicht, zu uns zu kommen, wenn Ihr behandelnder Arzt oder wenn Ihr Gesamtzustand das für nötig erachtet. Liebe Patientinnen und Patienten und Angehörige, wir haben besondere Zeiten, aber wir haben auch ein besonders engagiertes und hochkompetentes Personal, das Ihnen in dieser Situation unverändert zur Verfügung steht. Gemeinsam werden wir diese schwierige Zeit gut meistern und gemeinsam wollen wir uns um Ihre Gesundheit, um die Gesundheit der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher kümmern. Vielen herzlichen Dank! Vielen Dank!